Die sogenannte Joe-Line-Behandlung dient nicht nur eine attraktivere Wange oder eine attraktivere Kontur zu bekommen, vor allem bei älteren Patienten dient diese vor einem sogenannten Facelift noch eine nicht operative Maßnahme zu ergreifen, damit die Haut wieder straffer wird. Manchmal sind hier mehrere Behandlungen notwendig, aber ich denke, in den meisten Fällen können wir hier einen schönen Straffungseffekt erreichen und dazu sollte man einen plastischen Chirurgen jedes Mal konsultieren.